Guten Tag. Oh, Goldmachstein. Warum liegen die eigentlich alle gerade aktuell einfach rum? Wo ist die Herausforderung, sie zu suchen? Wie ist das Mädel nochmal, dass ich in Ron verliebt habe, dass Lavender Brown oder sowas? Ja, ich glaube. Warte ich ja vorhin. Hey, die erste Freundin von Ron. Ich habe den Namen vergessen. Aber Lavender Brown kann sein. Eventuell. Ja, Treppe. Tür. Tür. Alter, gib mir den Stein. Weg da. Stein! Nein! Hi, mein Geld! Wurschtest du, war die Treppe da? Danke, du! Da, wo? Hm? Hä? Hä? Ich kann das nur hin und her machen! Ah! Harry stand im Weg! Wurschtest du? Wurschtest du? Hää! Hi, Dumbledore! Bye, Dumbledore! Termine! Pack mal da die Bücher aus! Ah, ich muss B drücken! Warum darf ich da nicht A drücken? Ja! Ernie! Kein Wasserzauber! Google sagt, ihr Name ist wirklich Lavender Brown! Du bist gut! Du bist gut! Ach, das Erinnerungs... Erinnerungsgeduld! Gluck! Geil! Er hat Steine im Wasser geworfen! Ja! Steck deinen Kopf in die Steine! Oh! weißen haus klingt fast wie war die erst mal das weißen auszustellen klingt nach dem plan muss ein schlüssel haben auch noch mal auf schlüssel haben jetzt nicht letztens ein harry potter quiz gemacht und die einzige frage die ich falsch beantwortet habe war ob es sich bei der auf dem foto abgebildeten figur um pavati oder um padma petal handelt oh mies das waren die zwillinge oder ich habe den vier die 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 ja die zwillinge gemein mit den ron und harry zum weihnachtsbaum verteilt gegangen sind ja genau also ich hatte in meiner abschlussklasse auch also sie sahen sich halt auch wirklich wirklich ähnlich aber sie haben wenigstens unterschiedliche frisuren getragen ja 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 Tadam! Tadam! Tür repariert! Aha! Aha! Was darf ich da tun? Weiter! Juhu! Zerstören! So, erstmal richtig sortieren. Ich arbeite hier zwar nicht, aber ich weiß genau, wie die sortiert zu sein haben. Nein! Ja, ja, im Ausschluss. Hm. Ah! Okay. Ich wollte schon fahren. Hab geputzt! Ja! So baut man Türen ein. Eine zu Wand, Tür rein, Wand nicht mehr zu. Ähm. Oh, was war das? Oh! Ja, das ist ein Trampolin. Ein Trampolin, das Geld verliert. Hey! Hey! Nochmal! Nochmal! Ich freue mich gerade, wie lange ich wohl in Odyssey sitzen werde. Wie lange hast du für Origin gebraucht? Hey! Wie oft kriege ich eigentlich noch Geld raus? Oh, jetzt geht keins mehr. Achtung Zug! Bei DLCs kann ich auf insgesamt knapp 90 Stunden. 120! Also für... Warte, Sekunden! Okay. Oh, das war's. Ah, das war's. Geh mal auf 130, 10 Stunden werde ich wohl brauchen, um die Fragezeichen auf der Karte kennenzulernen. Keine Erinnerung mehr da. Ach ne, ich soll einen von dem holen. Ach so, stimmt. Oh, der ist ja voll pink. Der hat so einen pinken Bar. Guck die noch ja. Warum hat er eigentlich keinen pinken Hut? Nicht überzeugend genug. Die sind kontrastmäßig auf der Karte einfach nicht wirklich zu erkennen. Allgemeine Zoom-Steuerung auf der Karte ist richtig klobig. Hattest du schon angefangen? Also hast du schon angefangen mit Odyssey? Hm. Tüschelplatz. Yeah, goldener Stein. Gestern, aha, okay. Ich wollte mich fragen, so war das jetzt nur bei Holtchen so, oder? Hast du schon einen gefunden? Gut. Yeah. Ja, putz mal schön. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ist der Weg? Nee, bei Holtchen fand ich das wesentlich angenehmer. Ja, guck mal. Holtchen hatte ich ja nur angefangen. Und Otti ist hier nicht mal angeguckt. Otti ist hier, habe ich zwischendurch mir herangesehen. Wo gehe ich eigentlich hin? Du hast da eine Wolke über dir, das weißt du, oder? Oh, ist da eine Wolke? In der Wolke? Wolke! Oh! Lecker! Nein, Pilzmann! Was ist das? Was ist das? Ach, eine Kelle! Hä, für was brauche ich eine Kelle? Hallo? Möchte jemand eine Kelle? Das war eine komische Frage. Irgendwer? Kelle, 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 Kelle! Ah! Hier eine Kelle! Bye! Yay! Bockschmied! Schnee! Schnee, 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 Schnee! Ich mag Schnee! Wer mag noch Schnee? Zieh! Schwächling! Hab ich nicht gesagt. Entschuldigung. Woll! 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 Ja, Schneeengeln! Ja, Schneeengeln! Doing! Nee! Hm. Yo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Ich kann anscheinend den Baum kaputt machen! Hey! Achso, Entschuldigung! Muss ich nochmal? Hey, warum hörst du auf? Jetzt nicht mehr, okay. Hab ich ja nochmal Glück gehabt. Wie ist ein Schneeboch? Hm. Gut, doch. Ui! Ui! Einmal raus und da rein und kaputt! So! Ich brauche hin! Hey, Krummwein! Es geht! Puddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelpuddelp Ich hab voll die Skills. Ich dachte, dass die in Thomas und nicht die in Winter. Nee, den haben wir extra oben genannt. Ich muss den Schlüssel haben. X-Star-Schlüssel. Gewalt geöffnet. Ja, ich glaub, da geht's nicht lang. Okay. Dann brauch ich diese wunderhübsche Brille. Ach, nicht. Ah, hier hinten brauch ich sie. Okay. Glaub ich. Ich bin so merkwürdig. Ich dachte, ich brauch hier die Brille. Der taucht im Sommer von alleine auf, oder? Wer ist davon überzeugt? Hier doch. Nicht du. Weg da. Alter. Mö, 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 Mö. Mö, 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 Mö Mö. Was musst du bis hier? Genau wie es hat es heute. Dann schüttt sie. es glützert hier überall und schon wieder mehr sich ja ich gebe es ja auch demnächst wieder aus so da